...aufgegeben, dass ich wieder aus der Höhle schaffe. Dieser Baum hat ein bisschen wirkt, dass ich... ...gemient habe. Ja. Ich hab doch noch... Bauen mir! So. Das ist der rote Baum der Hoffnung. Pff. Ja, du lachst. Für mich war aber Hoffnung. Hoffnung, dass ich dieses... Wow! Was ist das daneben eigentlich? Was baust du da? Was bauen sie da? Nein, ich... Ah, ein Gewächshaus. Das creeper echt. Ha, 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 ha. Ich hör doch, what the heck? Wir sind dieses scheiß abgekackte... ...abgehackte Kackscheiß. Was ist das abgehackte Scheiß? Äh, was denn jetzt? Dieses abgehackte Scheiße ist schon... Ah, du hackst auch schon ab? Okay. Nee. Aber... Hä? Dauntabspackung geht schon wieder. Und dann hab ich nur... What the fuck? Buhh! WTF, bluhl. WTF, bluhl. Wache, wache, wache... WTF, bluhl. WTF, bluhl. WTF, bluhl, bluhl. WTF, bluhl. WTF, bluhl. WTF, bluhl. er ist sowas von behindert was denn du bist einfach behindert ich mache jetzt ich mache jetzt ein kaffee so ein kaffee bringt nichts hier warum nicht wo es nichts bringt dass der kaffee man koffee 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 was bringt das eigentlich gar nichts anscheinend das bringt ernsthaft gar nichts ich habe gerade nur geguckt ich kenne das bringt nichts warum weiß er nicht und die frechheit das finde ich echt eine frechheit dass das nicht funktioniert ja kacke vom spiel diesen netz sein können sagen job jungs ihr habt doch aber so ob das spiel um eck und sagt nö nö dann wollen wir nicht nö ich mach mir wieder in die hose mimi mimi verarscht eine grundlos hier grundlos wirst du von dem glas es geht ne gibt es halt verschiedene sollten das ist das ja ja er für den rahmen bisschen dick aber sonst eigentlich ganz okay ich hätte ja gern glas das connecten würde das sieht scheiß aus was wird eine standard glas das sieht scheiß aus der standard glas ist da drüben was ich da im haus habe und connected aber nicht mit denen ja ich weiß woher das bleibt doch auch heil ne doch nicht was haben wir denn noch hat er standard das hier glas das ist standard minecraft ja deswegen ja obwohl das connected ne ja das connected aber das sieht scheiße aus ja deswegen ja also wenn dann würde ich das nehmen hier aber als gewechselt sieht das auch ein bisschen komisch aus man bräuchte so durchsichtige blöcke und dass wir noch eher gehen naja ja auch wegen ja gut da sind die vier kisten dann weil diese rechte keine ahnung es gibt ja keine gibt ja nicht die skiergläser oder sonne und das hier ja das das würde auch noch gehen das würde vielleicht umgewechselt was er passen weil dann hast du diese streben ist auch mal mit teil streben dann will ich erst ausnehmen dann passt das schon die überlegen gehe ich noch mal runter ein bisschen stuert mining das schöne ist mit den ähm kappeln kannst du ja richtig schön was bauen ja ja deswegen ja falsches glas auch 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 ich auch das ich Ähm. Was nehme ich denn noch mit runter? Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab Workbench freundlich. Hm. Ich hab doch schon sieben Whales. Guck mal, sieben Whales kann ich schon. Wollen wir denn machen, dass hier der Eingang, wo du das Tor reingemacht hast, ins Gewächshaus reinführen soll, das vorne? Und hier eigentlich Standardeingang ist? Hier der normale Eingang? Und hier dann direkt ins Gewächshaus führen kann? Meinst du jetzt hier von... Ja, aber wenn du das so groß überziehen? Hm? Wirst du das wirklich so groß bauen? Ja, wieso nicht? Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass du ins Gewächshaus vielleicht nur die Bäume reinmust oder so. Das ist ja riesengroß dann. Ja und? Ja, mach, du machst schon. Falsches Glas. Ich geh lieber wieder. Ich muss wieder zurück in die Mine. Ach Gott, ich wollte noch ein paar Blöcke mehr nehmen. Sieben Blöcke oder so. Äh. Dann hab ich auch genug von dem Zeug. Wieso für die Bäume? Die Bäume kommen hier gar nicht rein. Hab ich auch... Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Und der Herr 1200 wiederum. Mach einfach. Oh, Sandwich, ich klau mir welche, ne? Ciao. Ja, aber nicht viele. Ich hab mir jetzt viel geklaut. Hm, ich hatte auch viel genommen. Siehst du? Ich bin ja überlegen, mir ein Frucht. Das reicht. Jetzt muss das reichen, ein bisschen, das Essen. Für den Anfang muss es reichen, wenn man ein bisschen Stuart meinen kann. Ja, fast schon zwei Stunden, ne? Ja, eine Stunde 40 jetzt circa wieder, ne? Ich hab grad gesagt, fast. Ja, fast. Das sind doch vollgehindu. So, eins, zwei. So. Ich will knetern. Ich komm jetzt in der Dunkel, kaum haufst du ab. Ja, perfektes Timic. Mhm. Ich komm hier auch. Oh, mir ist ja die Sides 6 verkehrtes dauernd. Ne, außer, dass ich hier draußen zu Gange bin. Ja, und? Nicht ja auch. Ich muss auch mitleben, ich muss auch unter der Mine arbeiten, wenn es dunkel ist. Na, schön. Aber ich bin hier im Bauen. Ja. Ich bin am Kram. Hm. Das ist halt zwei. Dann erst mal. Du bist doof sein, ja. Toll. Vielleicht noch zwei Höhe. Ich weiß es nicht. Ich will diesen komischen Stein, den man nicht verwenden kann in diesem Spiel. Mhm. Ja. Der für nichts zu gebrochen ist. Ähm. Ähm. Na doch. Hopp, hopp, hopp. Mein Gott. Könnt ihr diesen Kack-Piurit ständig einfach gegen Diamanten austauschen? Pff, ne. Ja, so viel von dem Kackzeug schon gefunden, das ist... Urstäblich schon gelogen hier, das Zeug. Autsch. Eingang hab ich noch gemacht, ne? Ich hol einen. Jetzt hab ich doch einen noch. Oh, jetzt hab ich keinen mehr gemacht. Guck mal, wie die halben Wände aufhierst. Strip Mining! Hm, ist klar. Also komm ich mal in San Dias vielleicht ran, eventuell. Oder auch nicht. Ne, das weiß man nicht. Oh, nicht immer. Alle dritten Blöcke haben einfach nur Grabe, passt das schon. Ne, 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 ne. Habidabidubidai. Ich würde sagen, wie viel haben wir denn vorher aufgenommen? Ander und halb Stunden, glaube ich, ne? Hä? Ander und halb Stunden hatten wir vorher aufgenommen wieder. Ja, ungefähr. Aber dass man sagt, okay, jetzt ein bisschen zwei Stunden zu Ende. Ich hab schon gar nichts geschafft. Ein bisschen Verluste, ein bisschen was gewonnen. Was ist da los? Bisschen Verluste? Ja. Bisschen? Ja, sicher ein bisschen. Mein Gott, ein bisschen Strip Mining, dann passt das schon. Dafür gibt's doch die... Dafür kann man doch den Content strecken. Wenn ich weiß, warum ich doch extra explodiert bin. Also jetzt... Ja. Damit ich einfach wieder was Neues machen muss. Ja, ja. Aus anderen Grund hab ich das nicht gemacht. Content strecken. Und vor allem, wie viele Leute das sogar so glauben würden. Sicher. Wenn man das sagt. Hauptsache YouTube Money. Am YouTube Money. Äh, YouTube Money. Was für ein YouTube Money? Ja, genau. Was für ein YouTube Money? Hä? Hä, was? Du verwirrst mich. Was für ein YouTube Money? Weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, was die YouTube Money ist, kenn ich nicht. Nee. Welche Höhe hab ich eigentlich? Dafür? Nee, 11. Das passt. Schon wieder halt noch Gold. So. Vielleicht hier wieder alles nicht. Sag ich ja. Ich will's jetzt mal da 10.000 Holz wieder verbraten, ne? Nee. Carpenters. So viel hab ich noch nicht gemacht. Noch nicht. Noch nicht. Hm. Autsch. Ah, fuck. Warte? Ich habe ja eigentlich kaum Holz, ne? Nee, Holz haben wir sowieso kaum gegrabt. Ich hab ja immer noch passend gefarmt, immer einen Baum, wenn ich was brauchte. Ja. Und was dann? Nur wenn ich was brauchte. Sind ja die größten Böhmens da. Jaaaa! Jaaaa! Du, du, du. Zettos hat einen Knall. Den hast du echt. Nee, äh du. Richtig. Jetzt hab ich mir eingebaut. Fuck off, ey. Warum hast du dich eingebaut? Äh, ich dachte ich komm da durchs Loch. Nein. Aha. Wieder nicht. Mein Gott, waren das die einzigsten 10 Diamanten auf diesem Server oder was? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, sagt er noch. Und die hast du in die Luft gejagt. Die hab nicht ich in die Luft gejagt, das war einfach der Creeper. Die hast DU in die Luft gejagt. Nein, der... Wie soll ich denn explodieren? Hallo? Mach ich zu... Die hast du in die Luft gejagt. Wie nehm... Spinnen. Ja, wegen dem Creeper. Richtig.